Hey Leute, hey YouTube, hier ist wieder euer Mr. Craig zu seinem ersten App-Pro-Shage und ich stelle euch heute ein Cydia-App vor und das heißt Barrel. Mit Barrel kann man sowas machen, dass sich die Apps halt nicht wie normal so bewegen. Ja, man geht dann einfach unter Cydia, gibt da einfach Barrel ein, runterladen, ist ja glaube ich selber wie es geht, kann ich jetzt selber machen. Allerdings ist das Dove darin, das gibt es nur unter Einstellung und es gibt halt, es ist halt kein separates App. Hier haben wir es schon, Barrel. Da kann ich jetzt, ich habe jetzt Curl and Roll Away drin gehabt, jetzt mache ich einfach mal Vertical Scrolling. Und das Gute an dem App ist auch, man braucht es nicht respringen, man kann es einfach so machen. Ähm, ja, wenn ich hier jetzt so gehen will, scroll das halt nach unten oder halt nach oben. Und, ja, da gibt es halt noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel von Barrel noch, ähm, Page Slide Down. Ähm, nein. Ähm, da geht es dann halt so. Das App heißt, wie schon gesagt, Barrel, steht auch da unten in der Videobeschreibung drin. Ja, viel Spaß, äh, viel Spaß, abonnieren, kommentieren, euer Mr. Cracked. Ja, völlig Spaß, äh, viel 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 Spaß hier, äh, viel Spaß. Alles klar, bitte. Vielen Dank.